Musik Wir wollten uns einfach mal auf den Weg machen und fragen, was bewegt die Menschen? Und ich spreche von wir, das sind circa 20 Ehrenamtlichen, junge Menschen aus Berlin, Köln, Hamburg und eigentlich ganz Deutschland, Stuttgart zum Beispiel auch. Wir sind in die Städte gefahren und haben uns mit dem Bus auf die Marktplätze gestellt, die Tische rausgestellt, Essen gekocht, Kaffee gekocht und die Menschen einfach mal auf den Kaffee eingeladen und sind mit ihnen ins Gespräch gekommen.